Guten Morgen Leute, ja ich hab gestern total verpeilt zu vloggen, deswegen vlogge ich jetzt, ich muss noch meine Kamera aufladen und wir haben jetzt 6.18 Uhr und in einer Stunde fahren wir ungefähr los, deswegen muss ich jetzt noch meinen Kamera-Akku aufladen, weil sonst hält mein Akku nicht und ja heute sehen wir Dennis und ich bin mega aufgeregt und und ich zeige euch mein Aufenthalt nachher auf jeden Fall und ich versuche euch natürlich auch den ganzen Tag mitzunehmen und ihr werdet eventuell auch Gesichter sehen hier in meiner Kamera, weil Nico zum Beispiel vloggt oder Dennis, ich weiß es ja nicht, auf jeden Fall bin ich extrem müde, ich bin aufgestanden, ich war am Arsch, aber jetzt geht es eigentlich, wir werden jetzt noch frühstücken, dann werde ich mich noch schminken und dann fahren wir auch eigentlich schon los. und ich hoffe, dass mein Akku so schnell auch lädt, deswegen melde ich mich später wieder bei euch. So Leute, wir sitzen gerade im Auto und fahren nach Essen, da ist Laura, hi, und wir haben jetzt Viertel vor 8 Uhr und ich bin mega aufgepegt und du? Ja, sehr. Ich meine, wir sehen heute Dennis und ja, so sieht der Ausblick aus. Ganz schön, weil es ist wirklich noch arschkalt. Und ich wollte mir eigentlich heute auch Gel-Legel machen, aber die haben nicht gepasst, deswegen, ja, und wer wirst du denn aufzeigen, präsentieren? Yo, was machst du da? Also Hollister-Pullover, eine Dreamings und irgendwelche Schuhe? Ja. Und ich trage meine Nike-Pullover, eine Legings und meine Rebook-Schuhe und ich werde mich später wieder bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 So Leute, wir sind gerade in Bochum Und wir haben gerade die Lieder gehört, aber ich muss das ja ausmachen wie in der Gämmann Wann sollen wir ankommen? Um 10.03 Uhr Soll noch 19km fahren Wir haben hier schön lecker essen Aha Was macht der da draußen? Oder die oder der? Ja, für'n Klauen Oh, auf jeden Fall fahm wir gerade durch Bochum Oh mein Gott, für Hose, hier gibt's überall Klapsen und Krankenhäuser, Alter Hm? Ja, stand da Hier ist auch irgendwas Planetarium Planetarium Und ich war ja noch nie in Bochum Das ist das letzte Mal Ist auf jeden Fall sexy Wir sind nicht in Bochum, wir fahren durch Bochum Ja, wir fahren durch Bochum Und Aldi 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 Und in die Galerie Rechts auf die E 226 Ach Wenn ich ehrlich bin, finde ich Finde ich Bochum echt nicht so schön Finde ich Bochum schön? Nein Auf jeden Fall melde ich mich dann später bei mir Und der kommt der Held Pssst So Leute Oh mein Gott, wir sind gerade im Essen Was Laura Wollen Ja Und da sie sich wieder auf Dennis gefreut haben, würde ich sagen Dennis, du darfst schon mal auf Platz 14 Platz nehmen Oh mein Gott 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 Ja, der kommt ja wieder zurück Vielleicht Ehh 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 Ich flogge Dennis Das sind deine Liebeschrift Die liebe Barbarella dürfte auf Platz 13 Außer du möchtest lieber 12 oder 11 Das darfst du dir aussuchen Was denn ist das? Und äh Und äh Da ich unbedingt gefilmt werde, Herr Gameplayer Sie dürfen auch gerne auf Platz 11 mal kurz stehen Das Dennis Und Das darfst du aussuchen Und der liebe Lianro darf auf den Platz Genau, genau daneben Oh mein Gott Leute, oh mein Gott Das Dennis Laura Hä? Oh Scheiße Scheiße, liebe Leute Hä? Ja, ich würde sagen Fahre in vier Rennen um Platz 1 nicht, dass sie dann so sagen So Ehh, du hast einen Versuch, du bist direkt der Beste Ne Wie darf man dich das machen? Was machen wir denn? 50 100 So, ich glaub, ihr müsst alle auf A einmal drücken, genau Liebe Barbarella, auch du Perfekt Also der Gelbe bin ich, damit ihr es wisst Okay Okay Hast du schon angeguckt? Ja Alle gucken auf den Gangs Ja Welche Farbe? Nein 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 Also an alle Leute, die auf mich gezippt haben, tut mir leid. Oh mein Gott, ich hab gestern! Ihr seid doch noch gut dabei. Ich wollte gar nicht nähen, danke. Nico ist schlechter als ich, was wär? Du bist der Schlechteste von den Besten. Eins, jetzt! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Dennis, du bist durch eigentlich, wenn du möchtest. Vierzehn, fünfzehn, sechzehn, sechzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig! Herzlichen Glückwunsch, das haben Sie sehr gut gemacht, das haben Sie sehr gut gemacht. Hey! So Leute, wir sind gerade beim Meeting-Ried. Und... Immer die Leute, die weiter bei Ihren Karten zu können. Ich liebe so Kameras, aber das ist wirklich... Du kommst mit dem Geist, die Kampferkirchen. Und wir gehen jetzt in der März 14.06 Uhr. Und mein Handy... Ich hab das, du Mopper! Beleidige mich nicht, du Fisch! Und ja, wir warten jetzt um... Danke, die Fäber! Immer, Oma! Wie geht denn das? Grüße meine Eltern. Ja, ja, wir sind jetzt beim Meeting-Ried und Center für Dance-Store. Volle Süßes. Alla! Peace! Peace out! Lass! Peace out! When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor... Ich hab alles gesehen! Oh, was weiß! Ich hab demn. Das war krass! Ich hab immer aufpassen! Ich hab alles gesehen! Kommt auf! Ich hab alles gesehen! Ich hab alles gesehen! Ich hab alles gesehen! Ich hab alles gesehen! Ja, ich hab das erfahren! Jack-Le你看, wenn du das nehmensisch! Ich bin jetzt kündig! Ich kann nicht, ja?! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ja, danke. 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 Ja. Okay, ich grüße Roxy und Marcel. Okay. Yeah. Fail. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja. Ja, danke. Ja. Ja, danke. 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 Leute, guckt euch das an. Guckt euch das bitte an. Und es hängt an zu regnen, egal. Ich melde mich wieder bei euch.